Heute geht es darum, Geld zu sparen. Eigentlich immer bei uns bei Pearl TV, meine Damen und Herren. Und Geld sparen können Sie natürlich, wenn Sie auch Energie sparen. Genau das ist das Thema. Anne-Kathrin Kosch, Miss Germany 2011, ist bei uns wie immer und wird Ihnen erklären, was Sie da mitgebracht hat. So sieht das aus. Ja, ich habe dir heute wieder was ganz Grandioses mitgebracht, wie wir das ja eigentlich von Pearl TV gewohnt sind. Jedes Produkt hat auf eine eigene Art und Weise, ist einfach nur sensationell. Aber heute geht es wieder mal ums Strom sparen, sozusagen. Ich habe dir Premium-Funk-Steckdosen mitgebracht. Das heißt, diesen lästigen Stromfressern werden ab sofort die Hähne abgedreht. Und so wird es mitgeliefert. Du zeigst es hier gerade so schön. Im Dreier-Set bekommen Sie drei Steckdosen nach Hause und natürlich die Fernbedienung. Die gehört dazu. Die gehört dazu. Allerdings möchte ich Ihnen auch natürlich nicht vorenthalten, wie das Ganze funktioniert. Denn es ist wirklich ein Schmuckstück, muss ich mal sagen. Also ich habe mir das schon für zu Hause gekauft, weil vielleicht kennen die Frauen das ja auch zu Hause. Da läuft der Föhn, da läuft noch das Kletteisen, da läuft noch dies und das. Aber natürlich auch die Herren der Schöpfung. Die haben da ja auch so einige Technik-Spielereien, was da im Hintergrund läuft. Und dann verlässt man das Haus, dann muss erst der Stecker ausgedrückt werden und der ab sofort gar kein Problem mehr. Man kann die auch programmieren. Die kann man programmieren, genau. Also wir sehen ja hier drei Steckdosen. Das heißt, egal welche Lampe Sie gerne von Weitem ausschalten möchten, das funktioniert, indem Sie die Steckdose einfach nur in die Wand, also in die Steckdose stecken, wo das andere Produkt oder die Lampe wahlweise ist. Stecken Sie einfach Stecker rein. Und dann kann man mit dieser Fernbedienung hier, kann man das dann an- und ausschalten von einer Reichweite von 25 Metern. Das heißt, du musst noch nicht mal mehr davorstehen, du bist meinetwegen auf Toilette und kannst schon im Wohnzimmer gemütliche Kerzen, Kerzenschein, Lampenschein regeln. Ja, auch wenn man abends nach Hause kommt vor der Haustür. Man schließt die Haustür auf und da könnte ja die Fernbedienung in der Diele liegen, auf so einem Tischchen. Genau. Und dann klick und die ganze Wohnung ist hell erleuchtet. Wunderbare Sachen. Und wenn Sie sagen, ich brauche aber hier nur eine Lampe, dann machen Sie die anderen per Fernbedienung halt aus. Wie das funktioniert, das zeigen wir jetzt mal. Jetzt machen wir mal das Licht hier im Studio runter, denn wir haben hier einige Lampen installiert, beziehungsweise die mit den Steckdosen gefüttert sind. Und jetzt machen wir an. Ich mache jetzt mal die eine an, dann die zweite und die dritte. Und jetzt mache ich alle mit einmal aus. Und wieder an. Halt, so rum. Und an und aus. Wo sind die anderen Lampen alle? Ich sehe da immer nur zwei Stück. Ah, hier hinten noch in der Ecke sind noch zwei. Genau. Aber das funktioniert auf jeden Fall sehr schön. Ich mache nochmal aus. Ja, genau. Wieder aus. Super. Wieder an. Ja. Und ich halte noch nicht mehr mehr die Fernbedienung in diese Richtung. Und es funktioniert trotzdem. Ich halte es in eine ganz andere Richtung. Toll. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache. Finde ich auch. Ich habe zu Hause bei mir, ich wohne ja noch in einer kleinen Einraumwohnung. Nein. Und ich habe ein Hochbett. Das heißt, zu Anfang musste ich immer runterkraxeln, Licht aus. Dann bin ich im Dunkeln wieder hochgekraxelt, habe mir natürlich dabei immer irgendwas verletzt, weil wenn du mitten in der Nacht ein Hochbett hochkraxeln musst, ist das natürlich nicht so die optimalste Lösung. Dann habe ich mir die Steckdosen gekauft und es ist wunderbar. Vom Bett aus kann ich alles regeln. Fernseher, Radio. Zeig uns das doch mal. Meinetwegen auch Bügeleisen. Ja. Komm, wir klicken noch ein bisschen rum. Wir klicken noch ein bisschen rum. Super. Wie viele Lampen kann man da anschließen, beziehungsweise? Also mitgeliefert wären drei Steckdosen. Nein, nein. Wie viele kann man mit der Fernbedienung? Aber mit der Fernbedienung können Sie sogar bis zu fünf Steckdosen regeln. Das ist nämlich mal eine coole Erfindung. Also man könnte auch das Fernsehen da anschließen oder aber auch die Stereoanlage. Sozusagen alles, was eine Steckdose hat vom Prinzip her. Man kann abends sozusagen die Kaffeemaschine vorbereiten und die brauchst du morgens per Fernbedienung nur anklicken. Ja, genau. Stehst auf und hast den frisch gerüten Kaffee. Ja, unglaublich sowas. Haben mehr Sachen. Toll auch. Ich wollte gerade sagen, mit der Fernbedienung habe ich doch jetzt gar nicht ins Licht angemacht. Es war so romantisch jetzt hier. Es war sehr romantisch, muss ich auch mal sagen. Also drei im Set gibt es nach Hause. Richtig. Fernbedienung ist dabei, aber Sie können bis zu fünf. War das richtig? Bis zu fünf, genau, hier siehst du ja fünf Knöpfchen. Ich erkläre noch mal ganz kurz dann die Fernbedienung. Ah ja, genau. Genau, also wir haben hier wahlweise fünf Knöpfe. Das sind doch sechs. Ich sehe doch sechs. Ja, erkläre ich dir jetzt sofort. Und zwar, du hast ja hier unten, der sechste Knopf ist ein sogenannter Masterknopf. Aha. Genau. Das heißt, wenn du diesen drückst, gehen auf einmal alle Lampen aus. Oh, das haben wir gar nicht gezeigt. Doch, haben wir auch gezeigt. Die gehen ruckzuck alles auf einmal an und aus. Oder wenn du es halt einzeln einschalten möchtest, zum Beispiel du sagst, Fernseher soll noch anbleiben, aber dafür Licht aus, dann wählst du mit diesen einzelnen Tasten an und aus. Super. Genau, also bis zu fünf Stück. Also ich finde, das ist eine ganz klasse Sache, vor allen Dingen Spaß zu sein mit auch jeder Menge Strom. Aha. Ich bin dann zum Beispiel auch mal zu faul, dann das auszumachen und dann kannst du natürlich einfach, jetzt gibt es die Fernbedienung. Mhm. Ja, also wie gesagt, mitgeliefert wird das Startup-Paket mit drei Funksteckdosen inklusive Fernbedienung. Mhm. Und natürlich ist die Fernbedienung auch programmierbar und für bis zu fünf Steckdosen, das muss man sich mal überlegen, meine Damen und Herren. Und die Fernbedienung kann pro Kanal mit jeder einer Taste für Kammern ein- und ausschalten. Und die Master-Taste, da können Sie gleich alles mit einmal an- und ausschalten. Das finde ich auch gut für abends, wenn du mal eine in der Hacke hast, einmal auf die Master-Taste und zack, ab in die Federn. Und es hat eine Wahnsinnsreichweite von bis zu 25 Metern, das heißt, es ist nicht mal mehr Sichtkontakt nötig. Also, selbst wenn ich jetzt eine Steckdose hinter der Couch habe, das ist alles gar kein Problem. Ja. Genau, also bis zu 1150 Watt pro Steckdose. Ja. Und es ist belastbar bis jeweils 5 Ampere. Und weißt du, nicht nur wir finden das klasse, sondern auch der Andreas aus, Andreas Schweiger hat uns geschrieben. Andreas Schweiger aus Echenbach. Ja. Das lese ich gleich mal vor, weil ich fand das ganz interessant. Übrigens in die Fernbedienung einfach zwei Batterien rein, schon läuft die ganze Sache, ne? Ja, genau. Habe ich noch gar nicht erwähnt, siehst du mal. Wer hat das jetzt, Matthias? Der Andreas Schweiger aus Echenbach. Andreas, ich würde jetzt einfach mal vorlesen, weil ich fand das so schnuckelig, was du uns geschrieben hast. Liebe Anne-Kathrin, lieber Walter. Oh. Einfach perfekt. Der Empfang ist bis in die hinterste versteckte Ecke noch super. Das Einrichten geht super leicht und dank des am Gerät befindlichen Einschaltknopfes kann man gut und gern auch mal die Fernbedienung verlegen. Mit so einem Smiley dahinter, ne? Sollst du ja eigentlich nicht verlegen, aber gut, mach ruhig. Dieses Produkt hat mehr als einen sehr gut verdient. Aha. Vielen Dank. Weil man natürlich auch damit Energie spart. Ja, auf jeden Fall. Das heißt also, die lassen nicht endlos irgendwas laufen, sondern drücken auf die Fernbedienung und schon brauchen sie den Strom in dem Moment nicht mehr. Ich finde das eine gute Sache. Ich finde das auch total klasse. Vor allen Dingen, jetzt stell dir mal vor, du bügelst Wäsche. Du kannst doch bügeln, ne? Ich kann bügeln. Also, beziehungsweise, ich geb mir Mühe. Fremder, ich kann bügeln. Ich bügel für dich. Also, bügel und da klingelst dann an der Tür oder das Telefon. Dann kannst du doch per Fernbedienung schnell das Bügeleisen ausmachen. Ja, auf jeden Fall. Damit nichts passiert. Das ist richtig gut. Das ist ja auch wichtig. Oder wenn du mal ganz schnell das Haus verlassen musst und bist du da jeden einzelnen Schalter ausgerückt hast. Master, peng. Einfach nur Master drücken, genau, und das ganze Haus ist aus. Finde ich gut. Ich finde das auch einfach nur eine Hammersache. Ich finde, da sollte man noch viel mehr als drei haben, weil man hat ja heutzutage so viele Steckdosen. Alles heutzutage braucht Strom, also brauchen wir dafür auch eine Steckdose. Danke, danke für die Post. Die können wir auch weiter vertragen. Schreiben Sie uns ruhig an Pearl TV. Es reicht, wenn Sie Booking in Deutschland schreiben, dann kommt das hier an in der Pearlstraße. Okay? Ja. Jetzt machen wir mal die Zusammenfassung. Eine kleine Zusammenfassung, genau. Damit für all diejenigen nochmal alles klar wird, die gerade eingeschaltet haben. Da sehen wir es nochmal. Da ist jetzt nur eine abgebildet. Sie kriegen aber drei nach Hause ins Set und die Fernbedienung. Bitte. Also die programmierbare Fernbedienung verfügt für bis zu fünf Steckdosen, kann man natürlich einprogrammieren. Dann gibt es die Master-Taste, da kann man einmal ein- bzw. ausschalten für alle Steckdosen. Wir haben eine grandiose Reichweite von bis zu 25 Metern und dazu ist noch nicht mal mehr ein Sichtkontakt nötig. Und es ist belastbar bis jeweils 5 Ampere und wir haben hier eine sichere Funktechnik, das heißt der Frequenzbereich von 433,05 bis 434,79 Megahertz. Ja, Frankie. Frankie calls to Hollywood. Es sind wieder mal die richtigen Produkte, natürlich auch Markendosen sozusagen, Markensteckdosen. Und natürlich der Preis ist vernünftig. Und wie gesagt, das holen Sie ja wieder raus, indem Sie einfach nur Energie sparen. In diesem Sinne, warten Sie mal ab, was gleich kommt, lassen Sie sich überraschen. Und denken Sie dran, egal wie oft Sie an einem Tag bestellen, bei Pearl TV bezahlen Sie nur einmal Versandkosten.